Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute, meine Damen, geht es um die richtige Hautpflege. Und richtige Hautpflege, das heisst ja, dass man die Pflegeprodukte braucht, die auf die einzelnen Hauttypen genau abgestimmt sind. Frau Fleury, was kann uns Coop hier bieten? Mit der Kosmetikpflegelinie und der Vertrauensmarken Beldam bietet Ihnen Coop für jede Haut die richtige Pflege. Es gibt drei verschiedene Pflegelinien, wo alle Produkte genau aufeinander abgestimmt sind. Da hätten wir Beldam Sensitiv, das ist dann die richtige Pflegelinie für empfindliche Haut. Die Beldam Sensitiv-Produkte haben eine milde Wirkstoffkombination aus natürlichem Kräuterextrakt. Und da haben wir die Beldam Schönesse, das wäre dann die richtige Pflegelinie für die junge Haut. Und zwar darum, weil Beldam Schönesse bohrentief reinigt und pflegt. Und das ist ja bei den Jungen oft eher fettigen Haut besonders wichtig. Für die anspruchsvolle Haut nimmt man am ehesten Beldam Exclusive. Als Spezialprodukt finden Sie in der Beldam Exclusive Pflegelinie eine hochwertige Aufbaugrämme und eine spezielle Crememaske, die beide Kollagen enthalten. Was ist das eigentlich? Mit zunehmendem Alter kann sich die Haut selber nicht mehr richtig feucht halten. Das natürliche Kollagen von Beldam Exclusive schenkt der anspruchsvollen Haut die notwendige Feuchtigkeit, damit sie jugendlich frisch und geschmeidig bleibt. Sie sehen, meine Damen Beldam hat für jede Haut die richtige Pflege. Aber auch das Haar gehört zu einer pflegten Erscheinung. Frau Fleury, was kann man tun für ein pflegtes Haar? Ja, es braucht auch dieses Produkt, das auf Ihren Haartyp abgestimmt ist. Denn gut pflegtes Haar sollte nicht nur glänzen, sondern auch gesund bleiben. Und für Ihre Haarpflege sind Sie bei GOBE auch genau richtig. Denn für jedes Haarproblem gibt es bei GOBE das richtige Shampoo von Beldam. Speziell für diejenigen, die sich jeden Tag die Haare waschen, hat GOBEs Johnson Baby Shampoo. Und mit der LSF Balsam Spülung können Sie Ihr Haar besser frisieren. Die natürliche Haarfarbe verschönern oder ändern, das ist kein Problem mit Beldam. Und der Gloria Hair Spray, der gibt Ihrer Frisur den natürlichen Halt, ohne zu kleben. Und besonders aktuell für die topmodische Männerfrisur, die Brillcreme. Sie sehen, GOBE bietet Ihnen auch für Ihre persönliche Pflege hochwertige Markenprodukte zu den gewohnt günstigen GOBE-Preisen. Und jetzt wünschen wir Ihnen allen noch einen schönen Abend. Und achten Sie noch auf die aktuellen GOBE-Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOBE 9 verschiedene Knorrsuppen nach Wahl, den Bütel nur 65 Graben. Eine Tafel von diesen Schocken gibt es jetzt 20 bis 30 Graben günstiger. 600 Gramm Goldstahlspinat, fix, fertig, tiefgekühlt, statt 1,80 nur 1,40. 100 Gramm Schweizer Tilsiter mild oder rezent nur 1,5. 100 Gramm Schweizer Saint-Boulin vollfett nur 82 Graben. Und am Morgen, übermorgen und am Samstag 2 Liter GOBE-Apfelsaft klar nur 1,80. 100 Gramm Delicatesse Fleischkäse offen oder vakuumverpackt nur 80 Graben. Und 2,5 Kilo Bintier-Hertöpfel in der Tragtasche nur 1,90. Auf Wiedersehen! 2,5 Kilo Bintier